Heute Vormittag hat die ASFINAG den Pilotversuch des digitalen Vignetten- und Streckenmautautomaten gestartet. Kurz vor der Autobahnauffahrt Hohenems kann somit zukünftig erstmalig in Österreich die Vignette direkt beim Automaten gekauft werden. Über diesen Automaten können Sie die digitale Vignette und die digitale Streckenmaut kaufen. Der wesentliche Vorteil ist gegenüber einem Online-Kauf, dass die digitalen Produkte sofort gültig sind. Wir haben hier fünf Automaten, einer davon ist auch barrierefrei, wo Rollstuhlfahrer sehr leicht zu dem Automaten können und hier ganz leicht, auch dadurch, dass der Automat niedriger ist, auch auf den Touchscreen schauen kann. Online kann die digitale Vignette bereits seit 8. November erworben werden und bis dato wurden bereits 190.000 Vignetten über diesem Weg verkauft. Die digitale Vignette ist aufs Kennzeichen registriert und kann bei Wechselkennzeichenbesitzer für bis zu drei Autos herangezogen werden.